Und stellen Sie sich vor, Sie haben ein Geschenkpäckchen in der Hand. Spüren Sie es? Das Kribbeln im Bauch! Tut das nicht so richtig vor. Das Fleisch! Das Fleisch für das Fleischfondue! Hört auf der anderen Strecke zwischen uns in der festen leeren Tüchküren. Du, es sind noch knapp so viele Packungen gelegen, wie ich brauche. Nach uns, jetzt, Tag und Sekunden! Ja, vielleicht ist eins da vorne. Für den Rest haben wir noch ein paar Spanisch Nissen. Kommt's mir auch mal vor, als ob die ganze Bauch in der Mitte einer riesigen Panne steckt. Gott empfindet so viel für dich. Und er möchte dir seine Liebe zeigen. Und es tut ihm total weh, wenn du nicht dafür offen bist. Du bist mein Alles. Wohin soll ich gehen nur dich?